Es ist mal wieder Mittwoch, Zeit für Challenge WBS. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und wenn ich so schnell spreche, dann wisst ihr, ich habe nur drei Minuten Zeit, um alle eure Fragen zu beantworten. Und die Zeit läuft jetzt. Erste Frage lautet, ist es schon verboten, wenn man mit angeschalteter Kamera auf jemanden zeigt, aber nicht auf Aufnahmen drückt. Man sieht also nur die Person auf dem Display. Und wie ist es, wenn die Kamera komplett aus ist und man nur so tut? Naja, in dem Moment könnte dir passieren, dass der Mensch von seinem Notwehrrecht Gebrauch macht und in die Kamera raushaut. Das gab es schon mal so einen ähnlichen Fall. Da war es allerdings ein Bild-Zeitungsfotograf, der vor einem Gericht geknipst hatte. Und da ging jedenfalls derjenige, der geknipst worden ist, davon aus, er wird geknipst und nachher geht das Ganze dann zur Bild-Zeitung. Und da war es dann letztlich egal, ob der Bild-Zeitungsfotograf geknipst hat oder nicht. Also kann schon heikel werden. Natürlich hast du keine Persönlichkeitsrechtsverletzung begangen, wenn du nur dein iPhone auf jemanden hältst. Aber es könnte dir drohen, dass derjenige dich angreift und damit sogar gerechtfertigt wäre. Begehen. Sogenannte Reichsbürger hochverrat, wenn sie in Deutschland ihren eigenen Staat gründen. Ja, ich glaube schon. Da gibt es also tatsächlich ganz strikte Strafgesetze. Wer also die Republik Deutschland anzweifelt und da dann entsprechende Verschwörungen bildet, der kann Hochverrat begehen. Das ist wahr. Ich schaue mal eben, ob es die Norm noch genau gibt. Kostet mich zwar ein bisschen Zeit. Verrat. Gibt es da einen Paragraphen. 81. Strafgesetzbuch. Ja, wer es unternimmt mit Gewalt oder durch Drohung, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen. Also Gewalt oder Drohung müsste schon mit drin sein. Wenn die nur so ihren Staat gründen und keiner hört hin, ist auch nicht so schlimm. Darf man sein Fahrrad an öffentlichen Laternen oder Schilderketten, wenn man damit niemanden behindert? Buh, gute Frage. Ich mache das jedenfalls so. Ich gehe davon aus, dass man das kann. Habe noch nichts Gegenteiliges gelesen gehört. Ja, das geht. Da lege ich mich jetzt darauf fest, es sei denn, es ist da ein Schild, nicht die Fahrräder hier festketten, wenn ihr keinen behindert. Ja, das geht. Wenn ihr allerdings da ewig steht, dann kann es sein, dass euch das Schloss aufgeknackt wird, weil dann irgendwie welche Bereinigungsaktionen da stattfinden. Wenn man Lost Places, verlassene Orte aufsuchen will, was gibt es da rechtlich zu beachten? Macht man sich immer gleich des Hausfriedensbruchs strafbar? Verlassene Orte war mir so noch nie ein Begriff, Lost Places, kann ich nur eins allgemein zu sagen. Natürlich gibt es immer einen Eigentümer, eigentlich auf der gesamten Erde, von allem. Und wenn ein befriedetes Besitztum auf den Zaun drum, da wird eingedrungen, dann macht ihr euch das Hausfriedensbruch strafbar. Wenn ein Lost Place zum Beispiel ein altes Gemäuer mitten im Wald wäre, ihr dringt in das Gemäuer ein, müsst irgendwo etwas tun, um eine Hürde zu überwinden, dann würde ihr euch strafbar machen, steht alles offen, könnt ihr möglicherweise reingeben, müsste man auf den jeweiligen Space angucken. Letzte Frage mache ich noch, auch wenn die genau jetzt so rum sind. Wieso machst du manche Videos im Sitzen und manche im Stehen? Schöner, hohen, verstellbare Schreibtisch, das kann ich doch gut beantworten. Ich mache fast alle Sitze, Videos nur noch im Stehen, weil man erstens sowieso schon viel zu viel sitzt. Man kann freier atmen, man kann irgendwie besser sprechen, hat, glaube ich, auch eine andere Dynamik und tatsächlich kann man in den Schreibtisch höhen verstellbaren, jetzt fahre ich ihn aus dem Bild, passend zum Ende des Videos. Wenn ihr noch weitere Challenge WBS Videos haben wollt, dann postet die hier unter das Video, unter dem Hashtag Challenge WBS und nächsten Mittwoch sind die dann vielleicht schon im Pott. Euch danke fürs Zuschauen, tschüss und bis morgen.